so hallo miteinander danke schon mal für die vorstellung herzlich willkommen zu meinem talk verteilte probleme sind die schönsten probleme ich bin jetzt erstmal ich jetzt muss ich das ding erstmal wieder einschalten ich bin der jochen und ich arbeite für concentric habe da das glückt mich jetzt auch schon seit mehreren jahren primär in der reaktiven welt um zu darum zu treiben dort dann hat natürlich verteilte systeme und ich habe diese schöne kombination dass ich mensch bin ja sehr gerne dinge kaputt macht und das ist jetzt etwas wo ich jetzt schon seit längerem also ich experimentiere halt viel rum mit verteilten systemen datenbanken und so weil ich halt immer wissen will quasi wo ist so der breaking point wann das ding hat einfach gar nicht mehr kann die kerninspiration und da möchte ich auch hinverweisen weil ich bin amateur und jetzt einfach sagen soll also das ist jetzt was ich jetzt gerade tue das sind so die ersten schritte das mal ein bisschen formalisierte halt auch in einem gittrepo zu pflegen damit leute vielleicht auch mal inspirationen rausziehen können ich werde euch später das repo dann zeigen guckt rein gerne auch feedback ich bin jetzt nicht der das hat für mich jetzt auch mal erst mal seit langem war dass ich das ganze versuche auch mal ein bisschen koordiniert da in die welt zu kriegen grundsätzlich mal es gibt diesen grandiosen kerl kyle kingsbury hat schon mal jemand von euch den namen gehört oder afr auf twitter twitter account ist slightly not safe for work zeitgewarnt wenn ihr talks von dem kerl seht holt sie euch schaut sie euch an also also grandiosen speaker der hat sehr sehr viel arbeit in diesem bereich gemacht hat er hat dieses framework jebsen entwickelt mit dem er verteilte systeme wirklich an den abgrund treibt also wenn ihr mal nachguckt zum beispiel hat viele für ihr lässt also wird ist ein freelancer der normalerweise von datenbankentwicklern geholt wird um ihre systeme wirklich zu testen das hat er bei mongodb gemacht das hat er für zookeeper gemacht das hat er für redis gemacht das hat er für elasticsearch gemacht für cockroach also sind praktisch alle großen datenbanken sind von ihm in irgendeiner form radikal auseinander genommen worden er ist dabei jemand der halt auch die angriffe sehr detailliert plant also ich kann wirklich nur empfehlen lest seinen blog und selbst wenn ihr jetzt quasi euch auch mal für eine neue datenbank interessiert und nicht angucken wollt gucken ob es einen japsen test dafür gibt in den meisten fällen gibt es da sehr sehr interessante fakten über die datenbank zu meinen schritten das ist das repo in dem ich mich momentan austoben wo ich auch ein paar leuten es wohnt das bisschen rumexperimentieren bin das ding ist ich verwende die tools sicher ich zeige jetzt schon so relativ lang ich versuche das jetzt halt mal dass ich reproduzierbare szenarien habe normalerweise ziehe ich mir eine welcher box hoch macht dinge kaputt und yay und gehe weiter und dann bleibt das wissen hier oben drin und jetzt versuche ich dieses wissen mal ein bisschen rauszukriegen das ist work in progress das ist so dass es sich jetzt die ganze zeit nebenher macht weil ich momentan auch wieder mal jetzt montan ist mein ziel hat auch wieder mal cockroach und ich bin auch noch vertex maintainer den vertex event bus versuche ich da momentan noch ein bisschen auf die erfähr zu nieren zu prüfen das heißt also da tut sich jetzt immer wieder mal so nebenher was ich war jetzt nur die letzte zeit ein bisschen mit anderen themen aufgehalten so also in dem repo werden sie werden die sachen finden und da entwickelt sich auch schon ein bisschen was so die die jetzt heute bei mir schon im reactive workshop war die wenn es ein bisschen gelangweilt sein weil jetzt kommt nämlich so meine standard slide mit der ich den talk zum thema verteilte systeme mittlerweile grundsätzlich einleite weil ich halt gemerkt habe dass viele leute da keinen bezug dazu haben und aber auch jetzt hier noch mal die frage wem von euch sagen die fallacies of distributed computing etwas mindestens die teuer die die heute wird schon machen müssen sie jetzt kennen genau also die fallacies of distributed computing sind etwas das in meinen augen jeder entwickelt im hinterkopf haben sollte uns auch immer wieder mal angucken sollte weil sie uns dinge bewusst machen mit denen wir eigentlich alltäglich konfrontiert sind fangen wir gleich mal der ersten an erster falscher name das netzwerk ist zuverlässig wir hatten heute auch schon mal so das thema netzwerk ist nicht die bohne zuverlässig wir entwickler sind leider gewohnt dass wir unsere tests auf sowas hier machen so eine runkelrübe und wenn ich halt auf einer lokalen wägelbox oder meiner ide irgendwelche tests abfahr selbst wenn es integrationstests sind habe ich in den seltensten wirklich netzwerk probleme die netzwerk probleme kommen in der realität leute stolpern über netzwerkkabel router brenner brennen ab ich habe verlust vor aus irgendwelchen anderen gründen leute die im netzwerk herum manipulieren das netzwerk ist nicht zuverlässig package für gehen verloren verbindungen gehen verloren ganze kommunikation gegen irgendwo bach runter netzwerk ist nicht zuverlässig das ist die harte realität mit der wir zu leben haben das nächste ist das ist noch fast böse latenzzeit ist gleich null wieder wir entwickler sind es gewohnt auf diesen kisten zu arbeiten wenn ich auf diesen kisten zwei services miteinander reden lassen das problem geht aber noch wird aber noch schlimmer und geht noch viel weiter wenn ich zum beispiel in großen infrastrukturen bei banken versicherungen so arbeite und dort eine testumgebung bekomme wie sieht die testumgebung auf ich stecke in einem rack anwendungsserver middleware datenbank im gleichen rack idealerweise noch auf dem gleichen switch bedeutet hops vernachlässigbar latenzzeit effektiv null in produktion ist dann die datenbank irgendwo da hinten der service da hinten und der rest keine ahnung heißt also die latenzzeit die realistisch dann wird ist erst in produktion auch wirklich da und die fluktuiert je nach rechenzentrum struktur relativ stark viele unternehmen haben verteilte rechenzentren mehrfache rechenzentren oft seid ihr verpflichtet dass ihr eine geologische verteilung macht also diese ultimative absicherung das heißt also dass ihr auch rechen sind habt ihr auch unterschiedlichen tektonischen platten liegen müssen und solche scherze sei es also da habt ihr dann plötzlich nicht mehr mit einer millisekunde an latenzzeit zu rechnen sondern ihr seid im drei bis vierstelligen bereich sogar für eine latenz wenn das eure anwendung nicht berücksichtigt habt ihr dort relativ schnell schlimme probleme mit am hals datendurchsatz ist unendlich ja auch so ein ding wenn ich lokal bin und dinge in memory mache oder über ein gigabit internet oder ich bin wieder in meinem eigenen schönen rack space unterwegs ja dann ist der datendurchsatz vergleichsweise unendlich in dem moment wo ich aber in einem netzwerk bin wo ich mir das netzwerk auch mit anderen teile diese schon noch nicht mehr ganz so aus da kann mir eine batch operation die ein anderer prozess gestartet hat plötzlich sämtliche datenbandbreite weg reduzieren oder noch besser ich habe in produktionen cross auf meinem netzwerk drauflegen von dem ich nichts weiß und ich kriege halt nur meine 50 megabit und bin nicht auf dem gigabit ethernet das ich eigentlich erwartet hätte das ist auch daten und durchsatz ist ein ziemlich limitierender faktor netzwerk ist sicher heise also reise de netzwerk topologie wird sich nicht ändern naja das gegenteil ist der fall es können spontane netzwerk partition entstehen wir nennen sowas zum beispiel ein split brain das heißt also wenn plötzlich mein netzwerk in zwei hälften gerissen wird und zwei teile des netzwerks nicht mehr miteinander reden können genauso kann es durch spontane rekonfiguration passieren also wir haben auch schon situationen gehabt von terraform template falsch angewendet wurde und plötzlich war die netzwerkstruktur ein bisschen anders als sie vorher gedacht war das heißt also andere maschinen können kommen und gehen mitglieder meines eigenen clusters können kommen und gehen sie können sie können gehen und eine woche später plötzlich wieder auftauchen ich könnte mich bis heute ohrfeigen es gab einen netten twitter post mal war eine geschrieben hat die vorher wir sind seit über einer woche in einem split brain und ein kunde hat uns darauf hingewiesen also sie haben selber nicht gemerkt dass sie im split brain waren sie hatten zwei cluster segmenten und kunde hat sich gewundert wo ich habe mich jetzt zweimal eingeloggt und sie zwei unterschiedliche bestellstaaten bei mir warum also das sind auch so situationen und sowas die sind schwer zu entdecken noch viel schlimmer sie zu heilen also zum beispiel so eine datenbank wie lässt ich search die könnte nach dem split brain getrost in die tonne treten und neu aufbauen also es gibt also diverse probleme die man da hat es gibt einen netzwerk administrator habe mit diversen komplizierten unternehmensstrukturen zu tun wo ich mit fünf leuten rede das ist organisatorische probleme noch viel schlimmer ist es wenn sich netzwerk administratoren nicht einig sind für der eine erzeugt eine firewall rule der andere löscht sie halt wieder also es sind halt so situationen in die man halt jetzt nicht unbedingt haben möchte die aber halt leider teile unseres alltags sind das heißt also plötzlich ist eine verbindung weg mit der wir eigentlich vorher festgerechnet haben dass sie da ist und die funktioniert hat datenhandsport ist umsonst von heute noch mal das ist ein ziemlicher exot den ich selbst auch nur ein einziges mal meine karriere gesehen habe es geht hier darum eine netzwerkkarte ist nichts weiter als ein prozessor also hat ein prozessor drauf je nachdem wie viel durchsatz ich durch das ding durchpumpt und ich würde das ding zu tun hat durch netzwerk durch paket kollisionen durch probleme im netzwerk und dergleichen kann auch dieses ding überlastet werden das ist ein problem das wir in der fast data welt sehen das heißt also wenn ihr meinen fast data von so ein spark flink und so mal genauer lest ploppt immer wieder mal so ein kleiner thread auf wo leute beschreiben dass die probleme reingelaufen sind und fragen welche netzwerk karten verwendet ihr denn eigentlich das tatsächlich hat auch eine geschichte die man berücksichtigen muss spielt für die meisten anwendungen keine rolle wenn ihr aber anwendungen habt die hat im terabyte bereich durchsatz pro tag haben also wenn ihr so 10 bis 50 terabyte plötzlich durch so ein system durchpumpt und dann plötzlich sehr lust wunderliches verhalten auftritt und sowas man kann halt eben auch sowas und wenn wir so einen hardware fehler mit dem wir halt einfach nicht rechnen vor allem weil er für uns einfach auch nicht sichtbar ist wir sehen cpu eidelt rahmen ist nicht voll warum geht hier nichts vorwärts ja und dann noch das letzte das ist auch immer so eine überraschung das netzwerk ist homogen das heißt also wenn wir testen es geht ja es geht ja eigentlich in zwei richtungen das eine ist wir erwarten quasi ja tcp ip und udp kein drama das problem ist dass die verschiedenen netzwerkstacks der verschiedenen betriebssysteme leichte variationen in der art haben wie sie mit fehlern umgehen wie schnell sie reagieren wie sie reagieren und diese variationen können natürlich auch zu wunderlichen verhalten im netzwerk führen wenn ihr microsoft stack mit einem linux stack vergleicht wenn ihr innerhalb von linux es gibt ja mittlerweile in linux diesen kernel bypass das heißt dass ihr könnt im user space euren eigenen tcp ip stack reintun das ist zum beispiel ich habe den namen schon wieder vergessen diese cassandra reimplementierung ja genau die nutzen ein framework unter der haube wird das einmal kasten tcp ip stack mitbringt weil sie dadurch in berechenbare pausenzeiten bekommen quasi sie können sie ziehen sind user space ist ein vollkommener tcp ip stack wir haben keine also ich hätte jetzt keine ahnung was das noch für auswirkungen nach sich ziehen kann das also auch das ist so eine geschichte die hat da auch noch mit passieren kann dass wir halt sagen okay so tcp ip 6 unterschiedliche reaktionen in einem großen netzwerk und sowas das kann auch zu dingen führen die mit denen wir einfach nicht rechnen so alles lüge diese falschannahmen sollten wir immer so ein bisschen kopf halten ich glaube jeder wenn er mal ein bisschen so in sich geht und so drüber nachdenkt wird vielleicht merken dass er wahrscheinlich dem großen schon erwischt aber ich habe jede einzelne mindestens einmal erwischt wenn ich mehrfach noch falsch gemacht also das ist eine sache das begleitet uns einfach in dem ganzen alltag als softwareentwickler manchmal merken sie nicht vor allem in der historischen welt wo wir entwickler sind und da drüben ist ops und wir werfen unser ding über den zaun springen in deckung und ops hat das problem am heißt also devops welt verteilt das problem ist wieder etwas gerechter also das ist relativ begrüßenswert aber das sind dinge mit denen hat einfach leben müssen so jetzt hat jetzt haben wir diese ganzen annahmen jetzt haben wir halt auch eine vision also es ist gleich so das ist es wir haben so wie wollen wir eigentlich dass unsere systeme funktionieren na ja und da habe ich jetzt auch wieder so meinen geniebten night of resilience und ich habe mir dazu einen passenden service ausgedacht die aufgabe von diesem kerl ist beleidige mich bis zum bitteren ende egal was dir passiert das heißt also dieser kerl ist eigentlich so das ultra beispiel der resilience er kann auch unter widrigsten umständen immer noch eine antwort liefern das ist das was wir von system erwarten was wir weiter vom system erwarten es ist dass das system sich halt auch wieder erholt das heißt jetzt sind die probleme vorbei dann sollte das system bitte wieder in zustand irgendwie zurückkommen dass es fähig ist unseren antworten uns antworten zu liefern und idealerweise lernen wir dann sogar noch dazu so jetzt sind wir an diesem punkt eigentlich und das ist so das habe ich heute erklärt und sowas das ist das was wir halt mit hilfe von bestimmten strategien im bereich resilience elasticity einsatz von reaktiven paradigmen erreichen können das heißt also wir können auch relativ gut auch reinkommen an so ein verhalten es ist aber trotzdem so dass ich oft genug halt so ein bild bekommen wenn eine anwendung unter stress kommt das heißt wir haben hier aus welchen gründen wir haben schönstes design angewandt und so was trotzdem steht unsere komplette infrastruktur plötzlich am abgrund warum und das ist so die frage die ich mir halt oft stelle und besser gesagt ich versuche mir die frage zu stellen bevor sie mich trifft das heißt also ich versuche für mich festzustellen war was kann mein system an den abgrund treiben die erste erkenntnis die ich dabei hatte und ich schon ein bisschen länger her dass ich die hatte das ist dass unsere blindes vertrauen in das was uns eine datenbank oder ein verteiltes system verspricht relativ schnell an den abgrund wenn wir zum beispiel sagen jetzt momentan ich habe heute das buzzword da buzzwords erklärt soja reactive jetzt reactive heilt alles wo ist der beweis bin ich mir sicher dass dieses reakt dieses reactive zeug dieses java zwei reakt ist dass das jetzt wirklich das alles für mich heilt es geht aber so ein stück weiter setzen erst mal eine framework angelegenheit das gehen wir einen schritt weiter wir lesen eine datenbank aber wir haben irgendeine fancy neue daten mal cockroach ist da gerade in aller munde so sehr cool wir haben es gehabt theorie wir wissen ja auf welcher achse wir uns bewegen wir wissen partition tolerance okay deswegen hat partition tolerance das heißt nur dann ist es wohl nicht so anfällig für split planes split brain szenarien und zwar stimmt es können wir uns da blind darauf verlassen die meisten tun so eine datenbank dokumentation passt doch da ist es so ja ich weiß dass basis ich weiß was asset ist und wenn das dann entsprechend drinsteht dann weiß ich auch worauf ich mich einlassen nächster schritt ist natürlich dann auch wieder ich habe heute so dieses versprechen gegeben wenn man sich an reactive streams hält also an diese backpressure rückkopplung zwischen systemen dass man sehr viele probleme abfängt zwar wer überprüft denn jetzt oder probiert mal aus ob die reactive streams implementierung auch korrekt ist ob sich das ding hat auch in grenzsituationen so verhält wie man es erwartet also hat jemand schon mal so ein cluster dann an den abgrund getrieben und ganz bewusst einfach ein bisschen scheiße da drin gebaut oh ich bin auf video das sind die ersten und dann ist natürlich noch das nächste wir lesen so famose worte wie paxos ja paxos ist nicht einfach wir lesen hat paxos haben das korrekt implementiert also das ist sowas da streiten sich bis heute so manche leute ob sie in ihrem projekt des paxos konsensprotokoll sauber implementiert haben das gleiche gilt dann auch für raft also wenn ihr mal so seht wir wenn das so die initial geschichten von zookeeper wenn ihr dort zum beispiel mal die mailing liste die die leute sich da halt auch diskutiert und gefetzt haben ob sie jetzt das paxos richtig implementiert haben und die diskussion die später konferenzen ausgebrochen sind ja es ist also so ich bin kein freund vom blinden vertrauen so das ist also von daher habe ich mich schon relativ früh angefangen damit zu beschäftigen sowas wie so ein ding eigentlich funktioniert jetzt bin ich aber auch kein tiefer mathematiker ich bin technischer informatiker das heißt ich bin eher so ein stumpf schlumpf der hat dann ein paar sachen kaputt macht und da gibt es natürlich jetzt was teures wir haben nämlich jetzt auch die prinzipien des chaos engineerings noch mitgefunden das ist super es gibt das quasi auch ein prinzip für das was ich so zum spaß mache und da möchte ich jetzt mal auf so ein ding hinweisen also chaos engineering ist die disziplin des experimente in einem verteilten system durchzuführen um vertrauen in die system sachen zu bauen und turbulente situationen abzufedern das erste worauf ich jetzt erstmal hinweisen möchte ist da steht nichts von in produktion das ist nämlich das erste was die leute immer annehmen bei chaos engineering chaos engineering geht noch ein bisschen weiter in produktion ist die gold disziplin das ist dann das wo ihr von netflix den goldenen orden bekommen super gemacht du wirst denn das sind die lektionen dass du wirst den turbulent conditions in production man kann wenn man so weit ist wie netflix und derartig seine infrastruktur kennt und im griff hat und ein derartiges training regimen eingeführt hat kann man das auch in produktion machen aber auch netflix haben den chaos monkey nicht am tag eins in produktion losgelassen also so mal so am rande ist es auch ein lernprozess der mit drin steckt das heißt also für mich also der erste ansatz den ich euch allen empfehle wenn ihr euch mit den anderen mit so was wie chaos engineering vertraut machen wollte ist nicht chaos monkey papers lesen erster schritt beschäftigt euch mal ein bisschen zumindestens lernt zumindest mal was so two phase versus three phase commit versus praxis und wer bedeutet also quasi warum wir bestimmte fehlerszenarien haben und wann zum beispiel ein two phase commit durchaus okay ist und wann hat einfach kacke ist weil dann kann man schon mal so eine bestimmte bewertung halt auch führen und sowas ob das system das ich da gerade bauen möchte oder benutzen möchte auch das richtige für mich ist zweiter tipp nicht chaos monkey dokumentation lesen nächsten schritt dokumentation der datenbank also das problem ist viele leute setzen datenbanken ein ohne einmal wirklich detailliert sich auch damit beschäftigt zu haben was das ding eigentlich tut kann oder vielleicht auch nicht kann da muss ich jetzt wieder zum karl kingsbury zurückkommen der kerl hat nämlich auch die datenbank anbieter ein bisschen dazu erzogen ehrlich zu sein weil das ist nämlich so seine kern message wenn er mich rein holt erzähle ich auch allen was ich vermisst finde das hat zum beispiel auch davor geführt dass die leute von elasticsearch unten ist der link dazu mittlerweile offizielle doku pflegen wo die ergebnisse von jebsen test mit drinstehen und wo sie halt auch die grenzen ihres systems illustrieren also er hat damals durch einen test relativ hart bewiesen dass elasticsearch hat einfach nicht mit dem splitbrain umgehen kann da kann es passieren ihr habt ein splitbrain ihr habt zwei cluster hälften aus welchem grund auch inner ist dieser klar wird eine neue note hier eingefügt der cluster mürzt wieder der denkt hey ich habe die mehrheit ich bin leer du wirst jetzt auch leer so haben leute ihre kompletten produktionsdaten gelöscht also wir zum beispiel wir haben wir benutzen lässt sich dort auch in produktion wir trauen elasticsearch an dieser stelle nicht wir brauchen es für ein schnelles suchen das heißt wir haben immer eine strategie zum neu befüllen des kompletten elasticsearch clusters also wenn wir entdecken dass irgendwann der partitur macht schmeißen wir den cluster weg und bauen die neue auf das ist uns sicherer als irgendwo dann einen bitteren preis oder elasticsearch ein großartiges datenbank system das wird hier gar nicht weg diskutieren aber seid euch bewusst dass es da grenzen gibt und diese grenzen gelten halt für viele andere auch also zum beispiel was auch sehr erleuchtend ist das ist die jebsen test ergebnisse für die redis datenbank nicht klastern tut es nicht lest aber bitte den test dazu also ich kann auch nur sagen dokumentation ist es für mich hat die sachen die man zu dieser datenbank hat im jebsen blog findet in der eigenen in den eigentlichen dokumentationen und ich finde dass karl kingsbury da echt einen guten job macht die dazu erziehen hat auch ehrlich zu sein und euch zu sagen so ja hey ich bin asset nein bist du nicht so gehen wir jetzt noch ein stück weiß hatte ich schon mal so angewendet schon so angehe so die netflix simian army das ist ein großartiges teil für chaos engineering in einem produktivsystem oder vielleicht auch in einem reduzierten test system um einfach ein bisschen was zu lernen da wird natürlich halt immer halt auch vom chaos monkey und dergleichen viel geredet ich würde definitiv empfehlen anzuschauen aber ich selber sagt er macht hat mir noch nicht genug also der chaos monkey der reist jetzt mal was ab ich kann auch chaos kong einsetzen wird hat mehr kaputt gemacht aber im endeffekt macht er jetzt macht er eigentlich den happy case für mich er macht ein system ganz kaputt na ja es gibt aber halt so immer diese halb zustände in denen system relativ giftig für mich also split brain ist jetzt so einer von diesen zuständen den ich dann mein von daher ist mein erster tipp an euch macht dumme sachen also ich bin kubernetes und so angefangen habe ich habe halt wie wild angefangen an irgendwelche dateien in dem ding zu löschen ich habe das ding einfach mal abgerissen ich habe deployments abgebrochen ich habe allen möglichen mist in dem ding gemacht einfach mal zu sehen was macht es denn ist natürlich praktisch in der umgebung hat die man schnell wieder aufbauen kann ich habe angefangen dann lokale minikube dann habe ich halt in kugel cloud ausprobiert weil die haben halt auch diesen hosted kubernetes den habt ihr mittlerweile in praktisch jeder cloud infrastruktur ich habe mal angefangen zu experimentieren was kann ich hier machen das ding kaputt zu machen das ist wirklich einfach wirklich ganz stumpfe experimente von dateien löschen über ich mache mal kaputte deployments rein ich breche irgendwelche sachen ab und schau einfach mal was passiert das ist der erste schritt also einfach mal so vertrauen auf was passiert denn wenn ich mache also das ist genauso wie ich auch bei jedem raid array das ich jemals in der finger gehabt habe mein erster versuch mal natürlich die festplatte rausreißen was passiert was passiert wenn ich sie rausreißen sofort wieder reinsteckt oder welcher halb rausreißen wieder reinsteckt oder welchen stromstecker hinten ziehe oder was dem ding tritt geht also es sind halt einfach so dinge so von denen man nicht möchte dass man die erste erfahrung damit macht wenn es wirklich geschieht geht also von daher erste regel chaos engineering in einem kontrollierten setting wo ihr nichts in produktion kaputt macht erstmal ausprobieren was macht denn das ding überhaupt wenn ich ihm irgendetwas böses antun diese stupid things gehen aber nur so weit weil man möchte ja irgendwann mal auch noch ein bisschen was größeres ausprobieren und sehen quasi verhält sich das ding wirklich in einem cluster also wir wollen mehr schaden irgendwie mehr dinge in so einem ding kaputt machen und wir wollen ein bisschen unverschämt sein wir wollen frech sein und wir wollen bösartig sein zu unserem cluster so und da ist jetzt erstmal das setup zur beschreibung mit dem ich normalerweise arbeite es ist natürlich linux also jetzt auch für den rest von dem ganzen mich interessiert kein anderes betriebssystem jetzt erstmal in der cloud arbeiten wir aktuell entweder auf co s fedora irgendein linux hammer immer in der hand und so das ist das erste was ich jetzt auch tue das markt ist eine relativ also es ist halt für mich eine subjektive einschränkung die ich halt eingehe weil ich auch keine lust habe mich mit windows oder was anderes ist mir viel zu anstrengend das zweite was ich tue ich benutze exzessive vagrant es ist also auch bitte fangt nicht an das irgendwie auf eurer lokalen maschine zu machen und da irgendeine cassandra irgendwo lokal auf der maschine zustimmen gewöhnt euch an eure dinge zu automatisieren sie in welk und boxen zu verpacken dann habt ihr die sachen reproduzierbar können sie hochbringen macht eure kiste nicht kaputt und im zweifel könnt ihr denn das was ihr welk und automatisiert habt dann auch mal schnell auf irgendeine cloud instanz oder sowas ausprobieren erster schritt dass ich da tue so und jetzt geht es natürlich darum was verwende ich denn für tooling also wie arbeite ich denn jetzt in diesem ganzen kontext und da bietet mir die linux welt eine erstaunliche fülle an toolings mit denen ich diversen unfrieden stiften kann was ich werde die sachen dann später auch noch mal kurz zeigen ich habe für alles ein paar skripte jetzt auch schon hinterlegt punkt 1 dropped connections das heißt also jetzt fangen wir mal an so wir haben ein cluster was passiert denn wenn hier so zwischen den beiden einfach die netzwerk verbindung weg ist also dieser dieser kerl ist einfach mal weg da gibt es ein sehr schönes programm das nennt sich tcp kill das schöne an diesem programm ist das ding hängt sich auf euren ethernet device drauf das ist teils das seht ihr in dem repository ist ein pack ich weiß gar nicht in welchen der packages das mit dabei ist auf jeden was sie macht es verfolgt jeden verbindungsaufbau und kann dann anfangen die verbindungen zu tracken und schickt dann sind und einfach termination packages rein injectet die das schöne ist wenn ihr in einem entsprechend schönen netzwerk unterwegs sein und das ding im promiscuous mode schaltet und das ein netzwerk ist das halt nun mal dann auch alles ausliefert könnt ihr auch andere verbindungen erst nöpfen und die verbindung zwischen zwei anderen maschinen terminieren der snöp dann einfach so lange die tcp pakete mit und schickt dann im richtigen moment ein termination package also damit könnt ihr schon mal so einfach so ein bisschen unfrieden im klassischen also wofür ich das gerne verwende das ist weil immer wieder leute so diese relativ dämliche idee haben eigene connection pools zu implementieren und die erste probe ist ob der connection pool auch richtig reagiert wenn ich eine connection einfach mal unter dem hintern wegziehe also wenn ich nicht zulasse dass die connection selber zu macht sondern wenn ich einfach die wird das von außen terminiert wenn man so die erste fehler ist das ist also das hier hier sage ich gehe mal auf interface auf eth0 und aggressivität 9 also das ist quasi wie hart er versucht also wie viele packages er dann anfängt zu injecten und port 80 80 mache ich dann dicht das ist die nächste variante ich kann das natürlich auch host basiert machen das heißt dass ich halt sage jede verbindung die jetzt hat hier von eu puma kommen oder dahin geht ich hatte die präsentation bei adidas vor kurzem namen steht da jetzt puma wird diese verbindung wird diese verbindung sofort terminiert das ist ein recht netter test mit dem einfach mal so widerstand gegen connection abrisse testen könnte erste so das ist jetzt schon mal so ein einfacher test das gehen wir mal einen schritt weiter wir wollen split brain simulieren jetzt ist jetzt ist natürlich erst mal die magische zahlen solltet ihr gleich mal merken ungerade zahlen sind gut gerade zahlen sind böse für gilt für jedes verteilte system auf diesem planeten das ist nämlich das mit dem split brain bei einer geraden zahl kann ich einen geraden split haben das heißt also das ist ich habe zwei hier und zwei da und dann denken beide hey ich habe die majority also entweder in beide ich habe die majority das ist ganz böse weil dann nehmen nämlich beide rights an oder beide denken wir sind in der minority und gehen halt den read only modus das wäre noch halbwegs erträglich das problem ist hat dann wenn die wieder zusammenkommen und beide geschrieben haben und so was dann wird echt hässlich so also wenn ihr ein verteiltes system baut immer ungerade zahlen von haus für alles verwenden niemals gerade zahlen steht auch in jeder doku von zookeeper elasticsearch und sonstigen drin bitte immer ungerade zahlen so wie machen wir jetzt das dass wir jetzt zum beispiel mal sagen aus 1 und haus zwei verlieren beide die verbindung zu haus drei das kommt das magische tool ip tables wir nehmen den linux firewall an dieser stelle ist das beste tool dass wir an der stelle haben wir können under fly hier jetzt einfach in jack nur bitte nicht mal hier eingehende verbindungen mit der source adresse meines hosts also haus drei und drop weg damit ups falsche richtung das gleiche machen wir dann halt auch ach nee das ist jetzt ah das ist die die litro hier ist ein kleiner typo drin ich habe hier quasi die import tools und wenn ich loswerden müsste müsste das jetzt hier exakt gleich sein da müsste jetzt auch input stehen das ist quasi wie er die rule wieder loswerden loswerden aus dem firewall ich habe auch dafür ein kleines script in meinem repo hinterlegt wie ihr sowas simulieren könnt also damit kriegen wir jetzt schon mal einen sauberen splitbrain hin schön sauber unsere elasticsearch hochbringen splitbrain provozieren reinschreiben und gucken was danach übrig bleibt der nächste schritt den wir dann haben network misbehaving so misbehaving ist ein relativ lustiges ding das heißt also package drops und solche geschichten das heißt also wie kriegen wir es hin dass unser netzwerk interferon anfängt gewisse packages einfach verschwinden zu lassen das löst hat im tcp ip file in recent aus kann relativ lärmig werden auf der netzwerkebene da haben wir dieses tool tc ist praktisch auch auf jedem linux system direkt verfügbar was wir hier jetzt zum beispiel haben das ist jetzt erstmal noch kein package dropping hier sage ich auf eth 1 wird jedes paket mit einem 100 millisekunden delay versehen das heißt also wir erhöhen hier die entsprechenden latenzen die wir auf dem ding haben natürlich schön praktisch weil das ist genau das was wir eigentlich auch in produktion dann halt auch mal sehen wollen also woher dann quasi auch mal schon durch vormessungen sehen können wie ist denn so die laufzeit im ding sondern realistisch testen und wenn ihr ein bisschen mehr schaden machen wollt also ich habe den banken also wenn ich also im vierstelligen sekundenbereich also vierstelligen bereich wird es dann unlustig langsam war dann merkt ihr schon richtig wie das rütteln im system losgeht hier am anfang auch das ist etwas zum beispiel wo ich mal empfehle systeme die halt auf wall clocks basieren ein bisschen zu triezen die also auch quasi da bestimmte synchronisierungs anforderungen noch mit haben die kann man vielleicht damit schon mal ein bisschen in die ecke treiben das nächste was wir haben das ist ein token bucket filter das heißt also was hier passiert token bucket vielleicht bekam das ist ein verfahren das ist so ein load shading verfahren nimmt was normalerweise das heißt vor mann ich habe von meinem ethernet device einen bucket der hat eine bestimmte füllmenge alles was über die füllmenge rausgeht läuft über also ist verloren das heißt in dem fall hier bedeutet das wenn ich hätte mit einer rate auf dieses interface drauf knalle die kleiner ist als die füllrate des des token bucket filters also ich krieg diesen ich krieg diesen bucket nicht voll dann läuft es durch kein problem erhöhe ich den durchsatz und erreiche irgendwann so den schwellwert dass das gar nicht mehr alles so schnell durchgeht denkt er an packages zu droppen dadurch kann ich halt last variationen erzeugen und relativ fieses verhalten halt auch produzieren wir jetzt okay wenn ich die daten quasi im normalbetrieb läuft das alles gut und dann kommen zwei drei größere updates plötzlich lauf läuft mein bucket voll ich habe package drops und ich kann deutlich etwas unberechenbarer das verhalten noch mal mit einbauen zusätzlich habe ich hier dann auch noch eine latency mit eingebaut und das hier hinten also das burst ist diese größe vom bacher das in dem fall 900 bytes ihr seht halt auch hier dass er die die bei die commandos relativ gut miteinander kombinieren könnte die ganz fortgeschrittenen ihr seht hier hier ist über dieses mood mit drinnen die können einem verhaltensbaum aufbauen wenn ihr das tun wollt das heißt also ihr könnt hierher gehen um mehrere verhalten untereinander und international ich hab's noch nicht gemacht also mir hat das jetzt jedes mal gereicht einfach stumpf weil ich immer hat einen case halt mal ausprobieren wollte was der halt für schaden produziert und was da halt los ist das heißt ich habe mich der meistens konzentriert 1 zu machen wenn ich mal muse und laune hat und so ist dann werde ich mich mal darauf konzentrieren da ein bisschen mehr schmackes mit reinzubringen und damit rumzuspielen jetzt kommen wir zu einem meiner favorites weil ich das auch erst seit einiger zeit herausgekriegt ja wie das denn wirklich funktioniert probleme so probleme sind ich habe eine kaputte festplatte und das tolle ist ich kann unter linux kaputte block devices simulieren ich kann block devices wird wirklich mit eu failures simulieren ich kann eu devices halt auch mit schreib und lese delay simulieren das heißt also wenn ich jetzt hier zum beispiel oben dieses kommando anschauen das ist das also das ist dm setup wer ein bisschen sich mit ihnen erkennt dass das ist der genau das teil dass das software rate auch mit gefüttert und mit dem ihr eigentlich so alles so was irgendwie block devices im linux bereich macht benutzt wird so sehen dass man das dm setup create error device zero und das nimmt von vorne jetzt erstmal diesen input so die frage was bedeuteten das doch schauen wir an erst mal das loop device das loop device ist das device das vollkommen in ordnung ist da haben wir jetzt zum beispiel da können wir eine memdisk reingehängt haben oder sonst irgendwas das ist unser device ab das wir mappen also die mz ist quasi ein device mapper setup das heißt das ist jetzt ein device das ist vollkommen in ordnung so und jetzt hat mapen wir oben drauf an layer der uns fehler produziert so das ist dann hier der wird und das mapper r def 0 da oben ist der name entsprechend und jetzt geht's los der erste part heißt vom block 0 bis 17 linear linear heißt durch mappen auf das unterliegende block device das heißt also alles paletti der zweite teil sagt ab der 17 bitte fünf blöcke als nicht durch mappen sondern eros nach oben produzieren das heißt also jetzt habt ihr ein kaputtes block device simuliert mountain datenbank drauf installieren und mal gucken was passiert im zweifel sagt könnt ihr auch zum beispiel machen ihr habt jetzt hier so macht das schon irgendetwas drauf installiert sei es zum beispiel eine datenpartition einer festplatte ihr anmauntet die met die durch dass die jetzt defekt ist remap die wieder bringt die datenbank hoch einfach mal um zu sehen kriegt die datenbank mit dass da jetzt was kaputt ist ab wann werden wir es ja und wie reagiert denn die datenbank wenn sie diese auge trifft ist relativ trickreich weil die natürlich nicht wisst wie das ding zugreift also es ist relativ anstrengend diesen fehler dann zu produzieren aber ihr könnt ihn jetzt produzieren dann geht es natürlich hier weiter hier hinten habe ich jetzt dann noch mal lineares mapping durchgemacht das coole jetzt an diesem ganzen ding ist ihr könnt jetzt pro dieser zonen könnt ihr jetzt auch write und read delays reinbauen das heißt also ihr könnt halt hier auch das schreiben und lesen entsprechend verlangsamen um dann zu sehen wie reagieren die datenbank darauf also man kann hier viele viele eklige sachen machen und das system relativ gut quälen sind wir beim thema quälen jetzt haben wir besetzt also jetzt haben wir direkt die block devices wir haben netzwerke und sowas wie wir halt alle ganzes stück unter stress gesetzt haben jetzt gehen wir mal noch einen schritt weiter und zwar ich möchte jetzt cpu ram und iopressure erzeugen das heißt dass ich möchte diese drei bereiche unter last setzen das heißt zum beispiel was ist das was ist der anlass dafür ich habe jetzt eine maschine möchte aber wissen was passiert wenn mir jetzt irgendjemand daneben hier einfach die cpus wegfrisst auch so ein szenario das einfach halt mal passieren kann weil irgendwelche aggressiven prozesse unterwegs sind und ich habe gesagt ich möchte einfach wissen also ich bin ich habe da hat ein bisschen mein spaß dran so dann gibt es dieses großartige tools stress stress ist auch ein relatives standard tool das ist jetzt zum beispiel cpu pressure aussage von diesem grund heißt nimm bitte zwei cpus und setze für 60 sekunden unter volllast straightforward einfach einzugeben macht spaß werden wir uns auch gleich noch ein bisschen angucken ja wie gesagt die eu will ja menschenrechte für kis also bis jetzt sind sie noch nicht da dass ich kann dem ding jetzt immer noch antun was ich will nächster schritt ist memory so jetzt ist jetzt ein ganz einfaches beispiel weil alles was das ding jetzt tut das belastet einfach die memory pipelines das heißt es liest und schreibt memory halt wie er hin und her das kann man sehr relativ fein granular machen in den meisten fällen reicht es aber simple und einfach den speicher mal unter druck zu setzen und ist das kernel zu zwingen halt relativ viel im speicher zu tun und zu sehen was passiert dann eben her das heißt also ich kann es hier simulieren ich habe hier irgendeinen aggressiven prozess der relativ viel im speicher halt auch tut es gibt hier viele viele konfigurationsmöglichkeiten ich jetzt auch gar nicht alle illustrieren kann weil ich auch gar nicht alle kennen für mich reicht es meistens so dass ich jetzt ich habe vier worker die jeweils mit 200 megabyte meinen haupt speicher foltern mal gucken was am ende von der datenbank oder dem systemdick testen will noch funktioniert und das ist auch ein nettes ding um mal auszuprobieren ob die cgroups richtig konfiguriert sind bleibt natürlich noch iolast das ist es hier hier werden zwei drive workers gemacht die jetzt auf der festplatte 512 megabyte wie ihr schreiben transferieren und darauf herumwerken das erlaubt euch jetzt zum beispiel iolast zu simulieren das ist auch ein relativ ekliges ding das hat einfach passieren kann sie habt eine datenbank oder etwas laufen und ein anderer prozess der auf der gleichen maschine läuft und das ist jetzt zum beispiel mal ihr seid halt nun mal im hypervisor unterwegs ihr habt zwei dinge auf einer maschine deployt irgendeine von diesen vms fängt jetzt an wie ihr iolast zu produzieren wir sind die aufwirkung auf die andere vm wird die mit leidenschaft gezogen spoiler zumindest mit den alten verfahren hat es das ganz gravierend getan weil iolast sich nicht so gut aufteilen lässt wie die anderen zwei last bereiche das heißt also ich konnte durchaus die effekte haben dass eine co deployte vm auf einer maschine durch hohe iolast mir meine eigene vm mit mitleidenschaft mitleidenschaft weil es kann einfach keine zeit mehr hatte irgendwelche geschichten für mich zu beantworten wie gesagt dieses tool findet ihr vor allem im kontext von leuten die ihre rechner pimpen und tunen kann die damit hat oft dann testen ob die lüfte auch zum richtigen zeitpunkt anspringen es ist aber auch sehr praktisch und verschiedene situationen die man halt auch auf last getriebenen systemen sieht das aktuellste woran ich jetzt momentan arbeite dass mich überraschenderweise mehr arbeit gekostet hat als ich erwartet hätte und jetzt sehe ich gerade ich habe die ich habe leider die links verkackt die folie verkackt aber das mache ich dann das freue mich das nächste mal auf clock drift clock drift ist sowas das ist ich habe ein bisschen gebraucht wie auch gekriegt das funktioniert vor allem weil die ganzen linux-distribution irgendwann in den letzten zwei haben beschlossen haben dass das benötigte tool aus ihren distributionen zu entfernen also man muss es jetzt tatsächlich überall selber bauen ich habe keine distribution gefunden die das tool noch mit drin hat so clock drift warum ich habe vorhin schon mal so ein bisschen richtung kassandra und so auch so gedeutet oder halt auch cockroach hier muss man jetzt und da sind wir jetzt über den punkt papers lesen das sind datenbanken die entweder komplett auf wall clocks das heißt also die nutzen hat die systemuhr oder irgendeinen entsprechenden high precision timer und andere datenbanken die sogenannte hybrid clocks verwenden hybrid clocks und vector clocks die also quasi ein teil abdecken plus wall clocks warum naja wenn man sich mal so eine vector clock anguckt die ist halt relativ teuer das heißt also die hat relativ viel aufwand über auf der netzwerkebene ich muss viel state hin und her tragen und umso mehr ich tue umso größer werden die dinge das heißt also auch wenn vector clocks jetzt auf den ersten blick verdammt gut sind für unsere systeme bedeuten sie halt auch eine entsprechende laststeigerung netzwerk und wenn ich die irgendwie reduzieren kann oder halt einen gröberen bereich per vector clock absichern kann mich für den rest auf eine wall clock verlassen kann ist es super haken ist aber halt ist dass das blinde vertrauen in die clock auf dem rechner relativ problematisch sein kann das ist zum beispiel systeme wie kassandra vertragen einen clock drift nur ich glaube das ist irgendwo im zweistelligen millisekunden bereich dass wenn die uhren von zwei kassandra servern weiter auseinander gehen glaubt dem massive konsistenzprobleme die bis zur data corruption führen können und davon sind praktisch alle systeme betroffen die es mit wall clocks unterwegs sind und jetzt kommt das problem noch potenziert das habe ich auch auf die harten auf dem harten weg lernen müssen und zwar dass vms auch mal schlafen gelegt werden können was du zu clock jams führt und wenn diese clock jams dann auch noch in verbindung mit clock drift passieren wird es recht fies das heißt also ich möchte eigentlich auch wissen wie sich mein system verhält wenn die systemuhr nicht mehr synchron laufen das ist leider ist es kann halt nun mal vorkommen schönes beispiel wie zum beispiel genau dieses problem versucht wird zu lösen ich bin gespannt ob es halt auch für immer hält das ist ihr habt vielleicht von spanner gehört ein kollege von mir beteiligt das datenbank das ist die datenbank mit den uhren weil spanner fährt so ein hybrid ansatz also es ist dieses neue datenbank monster von google es ist eine global verteilte asset relationale datenbank fünf instanzen welt ich glaube es sind fünf fünf oder sechs das ist ja irgendwo eine kleine einstellige zahl wie hat google das erreicht ich meine und viele haben dann geschreit und gesagt die bescheißen das cup theorie das kann doch nicht sein die können doch so nicht cup wegnehmen naja sie haben es nicht sie haben nur sie gehen ein gewisses risiko ein weil das risiko ist bei der da aber sie haben es extrem minimiert warum jede einzelne spanner instanz ist eine atomuhr zugeordnet jede einzelne dieser instanzen hat eine eigene atomuhr plus die werden regelmäßig über gps eingemessen um den kontinent hat und solche geschichten also ich kann nur für ihn mal das paper zu sehen es ist echt abgefahren was google da gemacht hat dieses ding also wenn ihr euch dann auch mal in der google cloud bewegt dann werft man nur schon schiefen blick auf die preistabelle für spanner also es ist wirklich wirklich abartig teuer aber es ist halt nun mal das ist es ist halt auch wieder ein hybrid ansatz spanner selber benutzt paxos als konsensprotokoll plus halt in verbindung halt mit den atomuhren als wall clocks wo eine atomwur relativ schlecht an die wand zu nageln ist aber das ist halt nun mal die eine möglichkeit wenn ihr kassandra oder so betrefft habt ihr normalerweise solltet ihr zumindest euch nicht auf die lokale uhr fahren sondern ihr habt irgendeine high also eine high resolution quelle das sind zusatzmodule die da eben mit reinkommen weil ich nicht weiß auf ntp also der klassische netzwerk jemand deshalb auch unterstützt jetzt sind wir aber mal in der ginge wie wir das jetzt in linux simulieren mal in der so wie sich so eine datenbank verhält wenn ich jetzt ihren clock drift unterschiebe das ist hier ein bisschen spoiler aber das grunde ist das ist dieses tool heißt ntpd sim das ist eigentlich teil vom ntpd das ist eigentlich in der sub mit dabei es wurde jetzt aber von ubuntu debian und allen entfernt und ist da nicht mehr mit drin das ist aber teil der core distribution es ist auch gleich nicht ganz ohne stress dieses ding gebaut zu bekommen weil die ubuntu packet des service packages nicht bauen auch dokumentiert nicht es gibt bugs die nicht behandelt werden dazu die auch niemanden interessieren weshalb momentan muss man leider die distribution vom aus github direkt bauen und dafür habe ich jetzt auch im readme von einem repo eine kleine anleitung wie man das macht ich werde so ein bisschen fein das ist momentan nur einfach mein wütendes geschrei das ich eingepumpt habe also relativ kurz und prägnant wie man das ding baut und dann hat man eben die möglichkeit solche konfigurationen zu machen dann seht ihr hier zum beispiel ich gebe hier halt zum beispiel ganz klassisch wie ich ins ntp2 eine time source an normalerweise habe ich hier mehr als eine time source mit drinnen aber jetzt seht ihr hier unten mal so ich kann hier verschiedenste konfigurationen machen um das drifting zu simulieren ich kann jitter einbauen ich kann dann an fixen drift einbauen ich kann ein flexiblen drift einbauen das heißt also ich kann jetzt hier mal ausprobieren wie sich das denn mit der zeit verhält wenn ich so einen clock drift drin habe ich habe es jetzt noch nicht damit simuliert weil ich erst gestern geschafft habe das ding zu bauen ich hoffe halt dass ich da die nächste die nächste woche mal ein bisschen mehr dazu noch im repo tun kann das heißt also das sind jetzt mal so das ist jetzt das aktuelle das ich mit drin habe ich weiß nicht was ich jetzt noch alles vergessen habe aber das ist jetzt mal so auch für mich wichtig es ist ein toolkit den ihr grundsätzlich mal auf jeder linux disto findet es gibt viele sehr spezialisierte teile es gibt spezialisierte kernel block device treiber mit denen ihr noch sachen machen könnt es ist mir alles zu viel ich möchte schnell an den start kommen ich möchte in einer lokalen weg und linux box anfangen können systeme zu testen und kaputt zu machen so jetzt würde ich euch gern noch ein zwei sachen zeigen wie sie jetzt auch schon funktionieren dass wir sie auch mal gesehen dass ich euch jetzt hier nicht einfach Mist erzähle mit dem zeug was wir was ich da jetzt vorgestellt habe und dafür gehe ich jetzt mal rüber und zeige euch mal kurz was bei mir momentan da in dem projekt so alles drin steckt so gehen wir mal hier rüber ups ja das ist groß genug das erste was ich euch zeigen möchte das ach da ist es okay das ist mal der aufbau wir haben hier ein vagrant file mit drinnen das ist quasi für mich ein setup mit dem ich halt grundsätzlich mal anfangen das setup ist für mich drei maschinen also ich ziehe mit diesem welchen fall drei welchen box boxen mit hoch also ihr könnt quasi auch mit einem welchen fall mehrere welchen boxen provisionieren die dann halt auch ein gemeinsames netzwerk haben wo ich die ip adressen von außen fix festlegen kann damit ich mir halt mal eine solide test umgebung überhaupt aufbauen ihr seht dann noch mit unter ich sehe ich benutze da ansible um dann quasi das ding nach zu provisionieren weil ich darüber halt mir die ganzen tools jetzt hier in das ganze ding mit rein ziehe jetzt exklusive von den ntpd sim weil den muss man leider bauen aber alle anderen tools sind jetzt mit hilfe des weg und falls dann in den boxen schon installiert das heißt sie können da drin direkt loslegen gleichzeitig habe ich noch hier mit drin so ein skript das heißt chaos sh ich wurde jetzt schon ein paar mal gefragt warum ich es nicht einfach mit python oder dergleichen mache erstens ich bin auf der mission dass ich mein bash scripting verbessere ich benutze bash seit jahren aber ich möchte es halt auch ein bisschen besser werden plus ich möchte die zahl der dependencies unten halten ich habe mich jetzt darauf konzentriert möglichst nur linux bordmittel zu verwenden um die simulation zu machen und da möchte ich jetzt nicht zusätzlichen mist noch mit rein führen indem ich jetzt irgendwie python oder irgendwelche andere sprachen verwende ich möchte gucken dass zumindestens bash weil bash ist das was ich zumindest auf praktisch allen systemen finde das heißt damit ich die sachen auch später mal reproduzieren kann so und dann gibt es halt diesen ordner scripts da stehen jetzt schon mal so ein paar sachen drin die ich mache also wenn ich jetzt zum beispiel mal chaos sh list mache dann seht ihr hier so ein paar szenarien die ihr machen könnt die sind jetzt noch nicht fertig also man kann die jetzt manuell innerhalb der container ausführen aber die kommen jetzt dann noch der random hole puncher das ist so das ding das habe ich mir von stack overflow jetzt geklaut das ist ein schönes skript mit dem ich einfach zufällige kaputte löcher in eine festplatte stampfen kann und als block device mounten kann echo ist mein test script dann haben wir hier net delay das werden wir jetzt gleich anschauen und so was damit kann ich quasi ein delay zwischen zwei maschinen einbauen auf der netzwerkebene damit kann ich es wieder los werden hier habe ich ein rate limiter das ist die die bucket implementiere ich vorher gezeigt habe ich kann hier loss also ich kann package stops machen ich kann eine partition das ist einfach das iptables kommando erzeugen und stress cpu das ist das wo ich jetzt gerade erst angefangen habe deshalb auch mein skripte zu verpacken ich habe mir halt vorher für jedes szenario irgendein bash script zusammen getan jetzt einfach mal zum experimentieren schaue ich ob ich das ein bisschen anders machen kann jetzt gehen wir mal in so ein entschuldigung falsches profil jetzt gehen wir mal hier rein ich gehe mal in die m1 maschine rein jetzt bin ich mal ach nee doch was bin ich mal falsch genau danke falsches netzwerk so was habe ich hier im ping sind jetzt noch relativ normale ping zeiten die ich jetzt hier mit drin habe so 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 ihr seht ich habe das kommando jetzt gerade ausgeführt ausgeführt wie hier schon mal meine ping zeiten nach oben gehen das heißt also alle ausgehenden pakete icmp tcp udp werden jetzt verlangsamt da haben wir es habe ich jetzt richtig gemacht oder ja und jetzt sind wir wieder zurück bei den original ping zeiten also ich habe jetzt schon mal ganz schnelles ding wir halt so sachen eben simulieren können und jetzt machen wir noch kurz das split brain so dann machen wir hier mal partition bam jetzt ist halt erstmal permitted weil ich jetzt auf der maschine bin auf der die iptables rule ist auf einer maschine würde jetzt einfach sehen wie icmp stehen bleibt und ich kann jetzt dann halt auch hier wieder hergehen und relativ einfach kann ich die partition dann auch wieder aufheben und es ist wieder da so und ich arbeite jetzt momentan dran ich habe es schon einen ganzen satz skripte mit drin das heißt ihr könnt jetzt die ganze sache dann auch schon nachlesen und ausprobieren das so ein bisschen zu formalisieren also ich bin da noch nicht ganz glücklich jetzt wieder wie das jetzt läuft ich möchte jetzt hier einfach ein bisschen mehr machen vor allen dingen weil ich jetzt momentan halt für vertex wir arbeiten jetzt an version 4 von vertex möchte ich halt vor allem für eine cluster in der test suite halt aufbauen mit der wir halt bestimmtes verhalten mal austesten simulieren können wo wir in version 4 flexibler werden wollen das wäre jetzt mal soweit ein sehr schneller ritt durch das thema chaos engineering mit dem ich mich momentan beschäftige und da ist es halt für mich hat auch so dieser wird dieser wichtige punkt eins zurück chaos engineering ist ein bisschen weiter als ein chaos manke zu installieren und es ist etwas wo beginnt lange bevor ihr in produktion irgendetwas tut wenn ihr vor habt in produktion irgendetwas zu tun solltet ihr euch vorher schon mal ziemlich sicher sein dass ihr fähig seid auf fehler zu reagieren plus ihr braucht eine bestimmte basismenge auch hier muss ich halt wieder sagen viele leute bauen ihre architekturen als ich bin google ich bin facebook in den meisten fällen habt ihr 10 20 maschinen wenn ihr jetzt anfangt in produktion was kaputt zu machen und ein zwei oder drei maschinen kaputt macht dann sind da 10 20 30 prozent ihrer infrastruktur weg das hat impact ist also seid euch bewusst was ihr dann halt auch in produktion tut die dinge die ich euch heute gezeigt habe das ist wirklich etwas das ist aggressiv damit könnt ihr richtig richtig ärger bauen ich würde nichts von dem was ich euch heute gezeigt habe in produktion direkt tun ich möchte nicht auf einem produktiven elastics wird klar sein split brain verursachen zumindest nicht wenn ich dabei erwischt werden kann also bitte also wie sagte chaos engineering es ist ein hochinteressantes gebiet mit dem man sich gut beschäftigen kann in größeren infrastruktur macht in meinen augen auf jeden fall sinn über den chaos monkey und dergleichen nachzudenken seid euch aber auch sicher dass ihr mit den dingen die da passieren umgehen könnt dass ihr euch bewusst macht dass ihr den chaos monkey auf urzeiten beschränken könnt dass ihr mit einem training wirklich anfangen weil das ist der sinn hinterm chaos monkey chaos monkey ist nicht da dass sie irgendwas zerstört sondern dass man sich eine disziplin angewöhnt auf ausfälle im system zu reagieren und dass man auch irgendwann merkt okay das system kann selber reagieren das was ich euch heute noch mit gezeigt habe das ist wirklich auch mehr vertrauen wenn ihr vor allem wenn ihr dinge selbst betreibt also nicht das hosted service da habt ihr eh keine chance aber oft genug müssen wir in der cloud noch dinge selbst betreiben oder on premise auch wirklich mal damit herum zu spielen wie verhält sich das system wenn irgendwas ziemlich dämliches passiert und ich hoffe ich konnte euch da jetzt heute mal ein bisschen ein einblick geben was man da machen kann wie gesagt ich beschäftige mich mit den dingen weiter und falls ihr jetzt noch fragen habt also die frage die frage ist jetzt quasi ob ich das automatisiere und eine art test zu verwende nein weil es ist wirklich spielerei also man kann jetzt das weil ich meine ich versuche hier vertrauen in alle systeme also erste regel von test ist ja normalerweise ich teste nicht das andere framework in diesem fall ist es sich bauen bestimmtes vertrauen auf die ergebnisse die ich heraus sie sind ja auch in einer anderen art wenn ich feststelle ich habe unter dieser situation folgendes verhalten dann kann ich daraus vielleicht ein muster extrahieren dass ich meinem monitoring system beibringe zum beispiel dass das monitoring system erkennt okay hier fängt es gerade an ungemütlich zu werden und ich reagiere mal dass ich zum beispiel weiß okay wenn ich in einem gewissen grad der verlangsamung des netzwerkes zwischen zwei knoten oder drei knoten habe dass ich dann vielleicht mal anfangen den druck vom system zurückzufahren oder irgendjemand bescheid zu sagen dass bitte dringend jetzt was gemacht werden soll bevor meine daten sauer fahren das sind so die ergebnisse die ich halt bei sowas sehe ich wiederhole die teste natürlich um zu sehen ob zwischen den versionen sich was geändert hat das macht auch eben kai kingsbury in seinen jebsen test die wäre er wiederholt die regelmäßig für die verschiedenen releases der datenbanken für mich selber ist es eher so ich lerne okay das kann in dieser situation schief gehen daraus kommt für mich normalerweise dann direkt eine story in jira mit der ich dann sage hey wir sollten uns überlegen können wir das mit einem monitoring system frühzeitig erkennen und wenn ja was ist denn die korrekte reaktion die wir darauf einbauen also als automatisiertes nein aber es ist definitiv so dass man daraus dann quasi eigentlich eine lektion lernen sollte ja wie viele stunden hast du zeit also es gibt eine gruppe von sogenannten konsens protokoll ein konsens protokoll heißt ich habe in einem verteilten system zum beispiel einen integer wert und ich möchte dass alle beteiligten in diesem netzwerk über irgendwann übereinstimmen was dieser wert ist das ist konsens die herstellung von konsens in einem verteilten system ist kompliziert eine form des konsens die kennst du als to a two phase commit klassische old school transaktion das ist eine form eines konsens protokolls hat seine nachteile vor allem wenn ich mehrere nodes habe dann ist ein two phase commit irgendwann echt gefährlich weil der zu einem ziemlich aggressiven deadlock führen kann genau so der three phase commit paxos versucht dieses problem zu umgehen und gleichzeitig halt auch noch mit dem ausfall von knoten umgehen zu können weitere protokolle in der gegend ist zum beispiel raft das raft ist auch deutlich einfacher zu verstehen also also erstmal für alle fangt nicht an mit diesen grützigen ur papers die zu paxos geschrieben wurden geht bitte zu irgendwelchen büchern oder sowas weil diese alten dinge sind echt unlesbar ich hatte diese dumme mission die ich mir eingebildet habe ich möchte dieses urpaper irgendwann verstehen ich habe es aufgegeben habe irgendwann angefangen andere literate zu verstehen mittlerweile kapiere ich es halbwegs was paxos tut mit diesem urpaper habt ihr keine chance vor allem das beste ist dann das paper das danach kommt paxos made simple da dieses video irgendwann ins netz muss ich mich jetzt ein bisschen zurückhalten mit den flüchten über dieses ding aber wie gesagt also es lohnt sich und das ist das was ich auch meine so sich mit diesen sachen zu verwenden das heißt quasi irgendwann haben wir angefangen mit two phase und three phase commit wir haben nachteile gesehen es wurden andere protokolle paxos ist ein mathematisch sehr gut fundiertes protokoll übrigens zookeeper das ist eine variante die sich heißt multipaxos implementiert ist ein derartig stabiles ding dass kai kingsbury auch selber sagt so das ist jetzt der schmutzige fleck auf meiner weißen weste ich habe zookeeper nicht klein bekommen also ich gehöre halt immer wieder wie leute halt sehr vorangegangen gegenüber zookeeper sind ich habe zookeeper als ein grundsolides gerät erlebt das halt ja es ist nicht einfach es wirkt halt oldschoolig aber es hat seinen grund warum kafka bis heute auf zookeeper setzt und auch nicht wirklich intention hat davon wegzugehen dieses ding funktioniert halt im gegensatz zu vielen anderen genau also paxos konsensprotokoll ich kann nur empfehlen sich mal ein bisschen in die thematik einzulesen da gibt es einiges gutes zu lesen dazu noch was dann bedanke ich mich für eure aufmerksamkeit bei fragen oder sowas ihr findet mich auf twitter ich bin jetzt auch noch ein ganzes stück da ich werde mir jetzt erstmal ein bier holen vielen dank applaudisse 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 früh Nintendo